Scheidepilz. Willkommen bei Dr.Bog! Heute geht es um das Thema Peinlichkeit. Boah, Furzen beim Sex. Und dann ist sie vorbei mit dem schönen Sex. Das ist die Verfriedigung. Und das probiert man natürlich am besten an sich selber aus. Wenn du jetzt aber trotzdem ein bisschen Angst hast, dass irgendetwas passieren könnte, nimmst du am besten ein Tuch, legst das aufs Bett und dann gehst du in die Badewanne. Und auch wenn wieder das letzte Verfriedigungsgefühl hast, dann musst du aufs WC einfach weitermachen. Scheidepilz. So ein Scheidepilz. Ja, aber mach dir keinen Stress, das ist absolut kein Problem. Auch hier locker bleiben, dann macht es viel mehr Spass. Dann kommen die Eltern rein. Halb so wild, am besten einfach darüber zu lachen, auch mit einem Partner, den man noch nicht so lange kennt, und dann einfach weitermachen. Eher unangenehm ist es ja, wenn man Sex hat und die Bühne komplett ausstellt. Easy bleiben, macht euch keine Sorgen, redet darüber, dann kommt das schon gut. Wenn die Vagina vom Sex trocken ist, dann kann das zu Verletzungen der Schleimhaut kommen. Halb so wild, am besten einfach darüber zu lachen, auch mit einem Partner, den man noch nicht so lange kennt, und dann einfach weitermachen. Es kann so gelbweisslichen Ausfluss geben, der zum Teil auch ein Stückchen drin hat. Aber in so einem Moment keine Panik. Am besten nachher einfach mal mit der Person darüber zu reden und darauf aufmerksam machen. Selbstvertrauen ist wirklich sexy, darum habt euch einfach gerne. Chillt es. Es kommt schon gut. Gut, es ist nicht immer so einfach. Habt ihr auch schon mal so etwas Geheimliches erlebt, dann habt ihr wie reagiert? Schreibt es uns in die Kommentare. Vergesst es nicht zu abonnieren. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay.